Welcome to the jungle. Ja, wir sind angekommen. Wir sind hier im Springbrook National Park. Das ist wirklich schöner im Regenwald bei Regen zu sein als so. Die Sonne kommt dann noch so durch die Blätter und alles ist irgendwie so am glänzen. Hat irgendwie schon was und Mebel halt dazu hat was. Auf jeden. Unsere Arbeit ist auch super. Zwei Stunden am Tag oder so müssen wir machen. Manchmal auch drei oder vier, aber macht ja nichts. Unkraut zupfen, Löcher buddeln. Ja, also, ja. Die Daria, der gefällt das auch. Der gefällt das auch. Weil es eben nicht so viel Arbeit ist. Oh, schön hier. Ja, ne? Guck mal. Ja, das mit dem Fotografieren, das wir die Daria mir beibringen. Malte genau reflektieren! de Hey Mann, die sehen nämlich aus wie Jana, Michi und ich. Das zeige ich euch jetzt. Das zeige ich euch jetzt. Das zeige ich euch jetzt. Wie gefällt es dir denn hier? Hier ist toll. Schön massive, massive so. Hier lässt du es aushalten. Gehen wir wieder, ne? Ja. Gehen wir jetzt nach Hause. Ne. Wohin denn? Jetzt fahren wir noch zu... Wow! Wohin? Wohin fahren wir jetzt? Zu diesem Canyon Lookout noch. Ja? Ja. Wirst du dann Canyon zu sehen? Ja. Meinst du der ist schön? Ja. Ja ok, aber dann fahren wir nach Hause, ne? Ja. Ja, super. Ja, ich muss aber auch Pipi jetzt schon wieder. Hast du nicht nass geworden? Schon? Schon? Ja. 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 Ja.